Hallo zusammen, ich habe euch ja die letzten Tage immer mal wieder gesagt, dass ich in WordPad, ich schreibe es euch auch nochmal ins Bild, dass ich in der App versuche ein Buch zu schreiben und das erste Kapitel habe ich jetzt veröffentlicht, am zweiten bin ich noch am Schreiben. Also wer Interesse daran hat, dass er sich die Kapitel durchliest, der kann sich die WordPad App herunterladen bzw. ich versuche es euch auch in der Videobeschreibung zu verlinken, genauso wie in den Kommentaren. Ich schaue ob das geht, wenn es nicht geht, dann halt nicht, da könnt ihr es euch ja auch runterladen. Nochmal ins Bild, wie es heißt. Und ja, das Buch soll eben heißen, seitdem denke ich nur an damals. Und dazu hat mich das Lied vom Hansi Hinterseher inspiriert, ich verlinke euch das Lied in der Videobeschreibung, da könnt es euch mal anhören. Das war jetzt mal ein kürzeres Video als sonst. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben dalassen, ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke, wenn ihr da drauf geht, so passt die neuesten Videos nicht. TikTok steht im Bild, das Lied vom Hansi und eventuell WordPad, also die App, wo ich gerade schreibe es in der Videobeschreibung verlinkt, wo man mir Post hinschicken kann, steht in der Videobeschreibung. Und wie ich in TikTok heiße, steht im Bild und in der Videobeschreibung. Ansonsten über das Buch, wo ich gerade schreibe, können wir uns gern in die Kommentare unterhalten. Ansonsten habe die Ehre, wir sehen uns. Ich habe einen Engel gesehen, über die Oma gehen, hat ganz gekocht, ein Vater unser Bett, hat mich dort stehen sehen, in einer Flaggen drin, hat gefragt, was ich für einer bin. Ich bin nur ein Bergbauern-Buh, ist gern ein Milchkartender und hab einen Dauerständer. Sie hat so lieb gelacht, eine Sau haben wir noch geschlacht, das Dirndl, das ist für mich gemacht. Ich sing ein Lied für dich und dann frag ich dich, willst du mit mir Scheibol knieren und dann die Sau verschieren? Ich sing ein Lied für dich und dann bock ich dich, unsere Kinder werden genau wie ich.